Wir leben in einer Welt, die sich immer wieder neu erfindet. Mit visionären Ideen, überzeugenden Konzepten und klugen Antworten auf wichtige Fragen unserer Zeit. Wie schonen wir unsere Umwelt? Wie sieht Mobilität in Zukunft aus? Wie kommunizieren wir? Und wie schützen wir unsere Daten? Mikroelektronik findet Lösungen. Sie verbindet die Digitale mit der realen Welt. Halbleiter von Infineon sorgen dafür, dass Technik mehr leistet, weniger verbraucht und für alle verfügbar ist. Dafür stehen wir mit unseren Werten. Zuverlässigkeit. Innovationskraft. Partnerschaft. Leistungsfähigkeit. Wir machen das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher für eine lebenswerte Zukunft. Infineon. Part of your life. Part of tomorrow. Und damit godkind. Das macht die Gäste. Ich kenne das Leben einfacher, sicherer und erfasBA. Ich kenne das Leben einfacher. Das wird das Leben einfacher, aber es bleibt.